Wir haben einen Ausgang vor und ihr müsst jetzt Gas geben, denn hier ist für euch ein Weltstar, eine Hollywood-Legende, Stephen, hilf mir, Brad Pitt! Was für ein geiles Outfit, mega Outfit, es gibt, er trägt einen Rock, er trägt einen Rock. Wir haben einen Film, ein bisschen, ist es? Wir haben in 1998, er war mein Stunt Devil für Fight Club und er trainiert mich für die Fight. Und wir haben auch so gut gemacht, wie es auch vor, wie wir mit dem Boy und Mr. und Mr. Smith haben. Und dann er hat er auch so viel gemacht, wie es auch vorhin war, wie es auch vorhin war, wie es auch vorhin war. Und dann war es so, dass wir jetzt hier sind. Und dann war es so, für mich war es wirklich cool. Aber er ist jetzt der Boss. Okay, so wie Sie es gesagt haben, ist es ein ensemble-film, es ist ein group-effort, das ihr putt auf dem Display. Und without giving too much away, I think the last question, rather than you can add-off and join the fans, ist es, it could be the kick-off to something really great and we might be able to see Brad for the next 30 years in bullet-trained movies. 30 years is about to, but this one's like, don't get spin-off with any of the characters. Yeah, like, I'm late already, I want to see a group with Jan 3 and 11. It's just like, ready to go. Baby Ladybug. Baby Ladybug. Prince and Princess. So let's have a few. So let's have an official premiere selfie with you, that would be nice. Brad, good to have you back in Berlin. All the very best and joy in the evening. Und Berlini, Martiano, das sind all our girls. Brad, good! Great, I'm a Hollywood actor now. Is there any moment you really realize that? I don't think it's even set in yet. Like, I'm sitting here looking at a lot of people, looking at the rap, and everyone else in the cast, and standing here talking to me properly, and I still want to feel real. But I wanted to continue to feel like that. I just want to continue to have that kind of, like, feeling and have those bubbles inside. And be like, yeah, I'm going to get down with it. I'm going to get down with it. I'm going to get down with it. This movie, I mean, definitely felt like a big, sort of, like, step in that kind of direction. I mean, you know, when you get to do a Brad Pitt movie, and it's shot in Los Angeles, the Sony Studios lot, it's like, that's like, that ticks so many boxes. That's part of it. I'm going to be able to work solo again, or will you always be? I don't want to. I mean, honestly, if he talks to me like tomorrow, then he wants to get this. He's got to be done. 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 If you need to be done. Oh, I'm going to go. See? I'll be there. He's got to be done.